Ja hier einmal so bzzz, hier einmal so bzzz, bzzz, so bzzz, schön sauer, machen wir die Spinnen weg. Ist das sauber? Das ist grün eigentlich, ne? Ich weiß, ich muss doch jetzt machen, da war ja 500 Jahre mehr drin, oder? Ja, das stimmt nicht. 100 Jahre ist das grün. Nein, nein, nein. Was haben Sie gesagt? Wie viele Jahre? Ein bis zwei Jahre war hier keiner mehr drin. Ein Jahr. Was ich auch nicht. Mein letztes Jahr hat die auch schon leer gestanden. Nee, da war nix hier drin. Nix hier war da drin. Nee, die ist jetzt seit dem Sommer leer, wo die raus sind alle. Ja, du machst doch gut, René. Schrippen, schrippen. Äh, sehr schön machst du das. Ach so, wie sagt die Schülle? Nein, das ist jetzt hier. Nein, das ist jetzt hier. Nee, 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 du bist schon wieder weg? Ja. Du bist ganz weiß an der Schulter. Du hast dich angelehnt. Ja, das ist. Mensch, haben wir ja gar nicht ... Dich gesehen lange. Schon wieder weg. Gerade gekommen. In båten, ne? Ja, ja. Ja, klar. Schon eher wie ... Langer Beel für euch beiden, ne. Ja, ja, ja. Noch schon. Nicola macht das schon, ne? Ja, das mache ich. Kamerascheu ... Ja, bin ich auch. Immer, ne Nicole, Anni. Schrecklich. Doch, Nicola. Nein ... Ja. So. Kann ich raus, Nicole? Ja. Es geht ja nur darum, dass er da drin bleibt. Nicole, ja. Stell dir mal ein bisschen fest. Hier in der Stahl, ich hab so eine geile Nummer. Gleich ist Blondi auch so schlau und leg dich hin. Hey, ich werde eins wieder hochgelegen, ja? Vielleicht wird das ja so ein Paco-Verschnitt. Halt mal. Schau, ich schau mal. Warte mal, wir nehmen Amika. Nee, ich glaub's. Langweiliges, kurzes Etwas. Oh, da sind deine Schülchen dreckig geworden drin, ne? Ja, was war matschig da, ne? War böse Zeit, dass die rausgekommen sind. Oh, da sind aber deine Stahlstiefel da. Ja, da stand doch mal ein Fuß drauf. Weg? Ja. Kannst du das auch? Was? Schuhe sauber machen? Ich versuche es. Die glänzen doch schon wieder. Neu, wunderbar. Ja? Gut, ey. Jetzt musst du da hinten noch fegen. Dann bin ich zufrieden. Ja. Jetzt musst du dir mit diesem Schein noch eine Zigarette anzünden. Nein, mit Geld spielt man nicht. Kennst du die Werbung? Ja. Ja. Dann haben wir die Klasse auch. Ja? Ja. Dann haben wir noch einen Lärz auch mal. Einen Lärz bleibt bei Ihnen. Weißt du doch. Boah. Ja. Dann müssen wir uns fegen, ja? Ja. 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 Ja, das ist korrekt. Ja. Das macht das ja anständig. Ich versuche alles, was in meiner Macht steht. Schon wieder heute? Ja, ja. Schon wieder. Ach so. So. Hey. Lass da. Hier heim. Ja, hier heim. Heim. Herz hause. 아파. Herr Kreuth. Herr Kreuth. Ja, hier heim. Weißt du hier einpowereder Zuschauer. Kommand mets es Sie. So oben. Hier heim. Scheier!